Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentweg. Ja, hallo zusammen. Es ist ja noch sehr frisch in diesem Jahr. Wir haben heute den 26. Januar, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und was liegt da näher? Viele Leute machen sich ja beim Jahreswechsel immer Gedanken darüber. Hey, was sind denn meine Ziele, meine Pläne, was soll ich denn alles machen? Aber weißt du was? Darüber will ich mit dir nicht sprechen. Ich möchte mit dir über das Thema Finanzen sprechen. Und deshalb heißt diese Podcast-Folge, mit dieser Routine hast du deine Finanzen im Griff. Was meine ich denn damit? Naja, ihr macht euch einmal im Jahr, meistens machen das die Leute so gegen Ende des Jahres, ah, es muss alles erledigt werden, ich muss noch schnell zum Notar rennen, ich muss noch die Steuerunterlagen abgeben, ich muss noch die Steuererklärung fertigstellen, ich muss noch dies und das alles erledigen und nächstes Jahr habe ich die in die Pläne. Ist auf der einen Seite sehr schön, allerdings, ich bin Fan davon, sich Ziele zu stellen, aber gerade diese Ziele, die man unter dem Weihnachtsbaum schreibt, weiß ich aus Erfahrung und Betrachtung vieler, vieler Leute, die mich umgeben. Naja, das sind Wünsche, aber keine richtigen Ziele, die notiert werden. Das schönste Beispiel ist immer das Fitnessstudio. Hey, ich muss abnehmen, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an, lasse mir zu Weihnachten die deutschen Sportklamotten schenken, habe ein super Equipment, gehe dann einmal zum Training und dann gehe ich nicht mehr hin. Wer freut sich darüber, die Sportstudios, denn Kunden, die den Beitrag zahlen und das Sportstudio nicht nutzen, sind eigentlich die besten Kunden. Da hast du nämlich keine Kosten, die dagegen rechnen muss, keine Abnutzung von Geräten und, und, und. Naja, aber was meine ich jetzt damit, deine Finanzen im Griff zu haben? Du bist selbstständig, du bist Unternehmer, bist Freiberufler oder hast eine Führungsposition, verdienst richtig gutes Geld. Das heißt, du hast mit Finanzen natürlich viel zu tun. Du hast viele Einnahmen, du hast viele Ausgaben und du hast meistens auch dann irgendwie auf dem Papier Dinge fixiert. Sei es, du hast Darlehensverträge, du hast Mietverträge unterschrieben, du hast Leasing, du hast Gesellschaftsverträge, Eheverträge und, und, und. Und ihr merkt also, alles, wenn jemand Geld hat, wenn jemand mit Finanzen zu tun hat, hat er mit vielen, vielen Dingen zu tun, die sich in irgendeiner Weise manifestieren, in Papierform. Ja, und dieses Papier muss gecheckt werden. Und deshalb, was kann ich dir als Tipp mit auf den Weg geben? Was sollst du jährlich checken? Ich mache zwei Teile daraus. Heute im Teil 1 reden wir über das Thema Testament, Generalbetreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Ehevertrag und das Thema Notfallordner. Hört sich alle sehr easy an. Jetzt denkt einer, ach, das habe ich ja noch gar nicht. Oder sollte ich mal machen? Och, das habe ich doch schon längst gemacht. Das ist doch alles in trockenen Tüchern. Aber hör dir noch zu, denn es ist für jeden etwas dabei. Weil, wenn du es noch nicht hast, ist ja die Frage, warum habe ich das noch nicht gemacht? Was muss ich berücksichtigen? Welche Personen sind mir wichtig, wenn mir was passiert, zu versorgen, zu schützen? Will ich mein Geld beim Finanzamt lassen, wenn irgendwas passiert? Oder möchte ich Steuern sparen? Und, und, und. Also immer noch ist der Status quo, die Situation, wie sie letztes Jahr war, auch nur dieses Jahr genauso. Oder hat sich irgendetwas verändert von den Zahlen, Daten, Fakten oder von der Person oder von deiner Einstellung her. Also, lass uns das mal näher betrachten. Und ich gehe jetzt mal mit Punkt 1 los, das Testament. Ein Testament sollte jeder haben. Jetzt sagt einer, ach, ich habe doch nur Schulden. Ja, du hast Schulden, aber die kannst du auch verhärten. Und auf der anderen Seite, Schulden werden natürlich jedes Jahr weniger, weil, wenn du ein Darlehen aufgenommen hast, tilgst du natürlich. Und tilgen bedeutet immer Wertzuwachs. Das heißt, das Vermögen steigt Jahr für Jahr. Die Schulden werden weniger. Und es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt wo gestern verstorben wäre? Was passiert denn? Wer erbt? Erben die richtigen Leute? Was ist überhaupt zu vererben? Das heißt also, macht ihr unbedingt Gedanken darüber, habe ich ein Testament? Wenn nein, stell unbedingt eins auf. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Du kannst jetzt natürlich zu einem Rechtsarbeitnotar als erstes rennen. Ja, das sind wichtige Leute, wenn es nachher um die juristisch-richtige Formulierung geht. Aber es geht beim Testament zuerst mal darum, du musst deine Ist-Situation kennen. Deine Zahlen, Daten, Fakten. Wer bin ich? Wie denke ich? Was möchte ich? Wo stehe ich? Und wenn ich gestern verstorben wäre, wer sollte denn noch was bekommen? Und was ist überhaupt da zum Verteilen? Und erst wenn du da eine Klarheit drin hast, kannst du ein Konzept machen mit deinem Lebensplan und kannst du das dann mal im Prinzip durchdiskutieren. Mit wem? Mit mir? Mit deiner Familie? Mit deinen Liebsten? Und überlegen, was sollte überhaupt in diesem Testament dokumentiert werden? Kleiner Hinweis, wenn du kein Testament hast, hast du die gesetzliche Erbfolge. Da entstehen Erbengemeinschaften. Es entstehen Steuerverpflichtungen. Das Finanzamt freut sich, weil nichts strategisch geplant ist. Das sehe ich immer wieder bei meinem Mandandel. So, das war jetzt der Fall, du hast noch kein Testament. Also mach unbedingt eins. Ich bin ein Fan von notariellen Testamenten. Es gibt aber auch manchmal Situationen im Leben, wo man sagt, okay, du kannst auch handstofflich machen. Aber je mehr Vermögen du hast, je individueller dein Vermögen nachher übergeben werden soll im Todesfalle, desto mehr ist es notwendig, ein notarielles Testament aus meiner Sicht nachher aufzustellen. Dafür brauchst du einen guten Notar. Du hast ein Testament und sagst, ach Holger, ich hab das ja. Jo, ich merke aber immer wieder, ein Testament wird irgendwann mal aufgestellt. Wo wandert es hin? In den Tressor, ins Bankschließfach, manche haben es in Ordner drin, in einem verschlossenen Umschlag. Naja, die Frage ist immer, ist das denn noch azur? Aber möchtest du immer noch, dass die Leute, die du dort fixiert hast als deine Erben, sollen die immer noch erben? Oder ist momentan so viel Vermögensverwuchs da, dass du sagst, hm, ich kann ja vielleicht an die nächste Generation oder die Enkelkinder schon etwas weitergeben. Du merkst, je mehr Vermögen auf dich zukommt und du hast, das ist bei meinen Mandanten halt der Fall, man muss sich immer wieder neue Gedanken darüber machen, hm, passt das Ganze noch oder muss ich das Ganze anders strukturieren? Also, nimm dir bitte einmal im Jahr und setze gute Zeit, Januar, Februar, März, im ersten Teil des Jahres, nimm dir das zur Hand. Wenn du sagst, es hat sich nichts geändert, Haken dran, dann war das eine schnelle Nummer. Vielleicht da nochmal ein Tipp, das Testament muss natürlich auch gefunden werden im Falle des Tolles. Wenn du verstirbst und keiner weiß, dass es ein Testament gibt oder du hast ein Handschuhstestament, das liegt irgendwie im Ordner rum und jeniger dir das als erstes findet, liest das und sagt, hm, das gefällt mir, ich zerreiß das Ganze, naja, dann hast du auch kein Testament gehabt. Also auch solche Überlegungen wie, habe ich mein Testament richtig aufbewahrt? Wer weiß davon? Wer sollte davon wissen? Und was ist, wenn ich versterbe? Wie werden die Erben denn benachrichtigt? Damit solltest du dich vielleicht auch mal beschäftigen. Das Thema weiß nicht jeder, da kümmert sich nicht jeder drum. Auch die Leute, die beim Notar sowas haben erstellen lassen, die wissen trotzdem um solche Dinge nicht richtig Bescheid. Also schau dir das Thema Testament nochmal an. Das nächste Thema ist General- und Betreuungsvollmacht. Das ist fast noch wichtiger. Ich meine, wenn du tot bist, hast du es hinter dich gebracht, du hast mit dem Ganzen nichts mehr zu tun, sondern nur deine Hinterbliebenen dürfen sich mit den Herausforderungen deiner Vermögenswerte und so weiter dann auseinandersetzen. Aber solltest du geschäftsunfähig sein, das ist der Fall, wenn du im Koma liegst und oder wenn du dement bist, dann kannst du nämlich deinen Willen nicht mehr erklären. Du bist also nicht mehr geschäftsfähig. Wenn du dann glaubst, es reicht dir aus, verheiratet zu sein, mein Mann, meine Frau, mein Leben, also mein auch gleichgeschäftlicher Ehepartner, kann dann für mich sorgen. Nein, das ist nicht so. Die können dich zwar pflegen, die können dir ihre Gefühle und Zeit widmen, aber die dürfen weder über deine Person noch über deine Finanzen bestimmen. Deshalb ist es wichtig, eine General- und Betreuungsvollmacht zu haben. Meine klare Empfehlung, immer notariell machen, besonders wenn du unternehmerisches Vermögen hast, wenn du Immobilienvermögen hast mit Grundbuch. Also je mehr Vermögen da ist und je nachdem wie das Vermögen strukturiert ist, immer, auch bei Depots, immer notarielles Testament machen. Das erspart erstens den Erbschein. Es ist auch aus meiner Sicht immer rechtssicher. Da können keine Fehler drin gemacht werden. Achtung, es muss aber auch steuerlich sinnvoll sein. Es reicht nicht aus, zum Notar zu geben und sagen, mach mal ein Testament. Dann ist das juristisch schön sauber aufgestellt. Aber steuerlich berät der Notar ja nicht. Da steht in den Verträgen immer unten als letzter Satz drunter. Über steuerliche Folgen und Konsequenzen habe ich nicht beraten. Bitte fragen Sie einen Steuerberater oder Apotheker, wie das so schön heißt. Also, du musst dir vorher genau darüber Gedanken machen, was passiert, wenn du nicht mehr in der Lage bist, selbst zu verfügen über deine Person und über dein Vermögen. Dafür brauchst du eine Generalbetreuungsvollmacht. Wenn du eine hast, super, da guckst du rein, sind die Dinge, die da drin stehen, sind die noch azur? Oder du hast beispielsweise Personen, die Vollmacht gegeben, die möchtest du nicht mehr als Bevollmächtigte haben. Dann musst du das Ganze ändern. Das heißt, wenn du notariell das Ganze gemacht hast, musst du denen die Urkunde wieder abnehmen und dem Notar Bescheid sagen, pass mal auf, den Adam, den ich bisher als Bevollmächtigte da drin habe, der soll nicht mehr, den gibt es auch keine neue Urkunde mehr, wenn er zugekommen sagt, er hätte seine verloren. Der Notar muss das wissen, ansonsten kann der Ersatz Urkunden ausstellen. Und du informierst auch die Leute, die die Vollmacht nicht mehr haben. Nach dem Motto, hör mal, ich möchte nicht mehr, dass du die Vollmacht hast, die ist dir entzogen, ich habe eine andere Person davor auserkoren. Es kann aber auch sein, dass die Person vielleicht auch krank geworden ist, nicht gar nicht mehr fähig ist, diese Position zu übernehmen. Kann ja auch vorkommen. Das heißt, der Bevollmächtigte kann ja auch krank oder dement werden oder verstirbt sogar. Und dann musst du eine neue Person einsetzen. Also, nimm dir dieses Ding in die Hand. Also erstens, wenn du so ein Ding nicht hast, mach unbedingt eins. Brauchst du Hilfe, sag mir Bescheid. Das ist nicht einfach damit getan, indem man Dr. Google fragt, hey, gib mir mal einen schönen Vordruck. Da gibt es ganz interessante Vordrucke, aber die sind meistens nicht maßgeschneidert. Und das ist nicht notariell gemacht. Und die Notariellen haben einen ganz klaren Vorteil. Das sehe ich im praktischen Leben, wenn man dann, wenn irgendwas passiert, der Notar mit seinem Stempel, wir leben in Deutschland, hat natürlich immer, ja, das ist also eine Nacht hinter dem Stempel, das ist auch überall anerkannt, während ausgedruckte Geschichten aus dem Internet nicht immer anerkannt werden. Da kommen Probleme auf und, und, und. Ja, und das führt dann dazu, dass nicht das ausgeführt werden kann, was du eigentlich haben möchtest. Also auch hier ganz nach Empfehlung, das Ganze notariell zu machen. Also, du hast eins, guck, passt das Ganze noch? Habe ich andere Ethik, andere Vorstellung? Sind die Personen okay? Soll eine Person ausgetauscht werden, ersetzt werden oder neue Personen reingenommen werden? Und wenn du nichts hast, wenn du so etwas nicht hast, musst du so ein Ding erstellen. Okay, dann kannst du auch wieder einen Haken dahinter machen, dann hast du die zweite Sache weg. Dann haben wir hier noch, was das Absicht angeht, die dritte Geschichte. Das wird auch sehr oft in einen Topf geworfen mit der Generalbetreuungsverfügung, vor allem macht. Es geht um die Patientenverfügung. Patientenverfügung heißt, was passiert mit meinem Körper? Das heißt, ich sage, wenn ich im Krankenhaus liege, kann meine Meinung selbst nicht äußern, ich möchte nicht mit einer Magensonde am Leben ernährt werden. Ich möchte keine Bluttransfusion haben. Ich möchte keine Amputation haben. Ich möchte nicht am Leben erhalten werden, wenn das und das ist. Das heißt, bei der Patientenverfügung gibst du ganz klar dem Arzt, der dich behandelt, vor, was ist Sache, was darf er, was soll er und was darf er nicht machen. Und daran hat er sich zu halten. Und das hat nichts mit der Generalbetreuungsvollmacht zu tun, denn da geht es um die Person. Da kann ein anderer über die Person bestimmen, hier die Person soll aus dem Krankenhaus rauskommen, etc. Soll gemacht werden. Und was passiert mit dem Vermögen der Person? Also da gibt es ganz klare Abgrenzungen, wenn du zu fragen hast, bin ich gerne für dich da. Wobei du weißt, ich bin kein Notar, kein Jurist, aber als Estate Planner beschäftige ich mich natürlich mit diesen Dingen, kann da meinen Senf dazugeben und sage dir auch nachher, zu welchem Rechtsverwalt, zu welchem Notar du gehen kannst, wie du das mit solchen Profis nachher dann abwickeln kannst. Ich habe da ein gutes Netzwerk, mit dem ich sehr, sehr gut zusammenarbeite und kann das im Prinzip als Zügelhalter, als Projektmanager mit begleiten. Das schätzen viele meiner zufriedenen Mandanten an meiner Art zu arbeiten. Ja und dann, die Abrundung dafür ist der Notfallordner. Ist dein Notfallordner wirklich Azure? Was ist ein Notfallordner? Ja, ist einfach ein Ordner, da kannst du mal den Leitzordner nehmen, schreibst Notfallordner drauf. Meine Mandanten bekommen spezielle Notfallordner, den wir mit unserem Berufsverband, den wir Estate Planner Verband Deutschlands entwickelt haben. Und da ist ein schönes Register drin, das kannst du übrigens auch bei mir gerne anfordern, das kann ich dir gerne zumailen. Du kannst mir gerne WhatsApp oder ein Mail schicken, hey Holger, ich hätte gerne dieses Register, dann melde ich dir das gerne zu. Also, das mache ich sehr gerne, gib mir aber dann bitte auch dann an, wer du bist, was du machst, vielleicht auch Namen, wie du heißt, wo du herkommst und nicht hier Schwarzartikel, möchte gerne einen Notfallordner haben. Ich möchte ganz gerne schon wissen, an denen ich solche Sachen rausschicke und ob du selbstständig bist oder angestellt bist. Das wäre lieb, wenn du das für meine Statistik mir mal dann beantworten könntest. Also, schicke ich dir gerne raus. In den Notfallordner gehören Dinge rein für den Notfall. Der Notfall ist, du verstirbst im Koma, bist dement und deine Liebsten, tja, die wissen vielleicht gar nicht, was du für Finanzen hast. Was ist in der Firma? Wo sind die Passwörter? Wo sind die Dateninsverträge? Welche Dateninsverträge hast du? Welche Konten hast du? Welche Finanzierungen laufen? Welche Mitarbeiterverträge? Wie sind deine Kalkulationen in der Firma? Im Privatbereich gibt es ein Tresor? Gibt es ein Testament? Gibt es Verfügungen? Das heißt, alles das, was man braucht über dein finanzielles Leben, über deine Finanzen, Finanzen im Privatbereich und im Firmen, im beruflichen Bereich, muss in diesen Notfallordner irgendwie rein. Dazu macht man Übersichten. Ich empfehle hier immer Finanzierungsübersicht, Vermögensübersicht, Entschuldigung nochmal, Finanzierungsübersicht, Vermögensübersicht, Versicherungsübersichten, dann Übersichten, wo ist was zu finden, von Passwörtern über, Kontenübersichten, wo habe ich welche Konten, wo sind welche Depots, Depotauszüge und so weiter, Ansprechpartner für den Fall des Tages. Ihr seht, das alles sollte in einen Notfallordner rein, weil wenn das nicht vorhanden ist, Leute, dass sie Kackern dampfen. Ich will mal ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Das war, das ist schon 5, 6 Jahre her, ein Zahnarztmandant, Mitte 50, super erfolgreich arbeitend, aber hat sich neben die Finanzen gekümmert und sein Vater war der Finanzchef in der gesamten Familie, auch erheblichst Vermögen vorhanden und Vater hatte seine Finanzen für sich und die Mutter gemacht und auch für meinen Zahnarztmandanten. Ja, und der Vater verstarb. Leider aber hatte er keinen Notfallordner, das war alles sehr, sehr ungeordnet. Ja, mein Mandant rief an, Herr Nendwig, help, Mayday, Mayday, mein Vater ist gestorben, ist schon schlimm genug, aber das noch Schlimmere ist, Mutter, keine Ahnung, ich keine Ahnung, wir haben 30 Ordner, keiner blickt durch, was ist überhaupt vorhanden. Jo, da war eine Strafarbeit für mich, ich bin hingefahren, großes Auto, habe 30 Ordner eingeladen und musste diese 30 Ordner durcharbeiten, Kontoauszüge gucken, wo ist was vorhanden, Mietverträge, Grundbuchauszüge, bevor man erstmal raus hatte, was überhaupt an Vermögenspositionen da war, ordentlich mit Steuererklärung, das war dann auch, da arbeitest du wie ein Detektiv, da guckst du in die Steuererklärung, guckst, ob Vermietverpachtungserklärung da sind, ob Kapitaleinkünfte aufgeführt sind, macht auf der einen Seite Spaß, aber es ist auch scheiße, entschuldige den Ausdruck, aber ist auch blöd, weil von den 30 Ordnern konntest du 10 in die Ecke knallen, weil das alte Sachen waren, die überhaupt nicht mehr a jour waren, nur musste ich erstmal Zeit aufhören, um zu kapieren, die Dinge gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, telefonieren, E-Mails schreiben, nachchecken und so weiter und so fort, das war ein scheiß Job, das war nicht lustig, auch nicht schön, Gott sei Dank hat alles geklappt und wir haben dann die Mutter, die leider auf dem Weg in die Demenz war, noch schnell zum Notar gebracht, dass sie auch eine Generalbetreuungsvollmacht für meinen Mandanten, den Zahnarzt ausgestellt hat, sodass dann auch gesichert war, dass dann, weil sie hat ja auch erhebliches Geld geerbt, die Mutter von ihrem Mann, die war Ersterbin, und die Kinder haben die Pflichtteile nicht angefordert, es war ja ein Sohn schon, der war alleine, der Zahnarzt, der hat den Pflichtteil nicht angefordert, denn ich kriege eh später, als wenn die Mutter auch nicht da ist, also muss die Mutter das behalten, aber wenn die Mutter dement ist, kann die auch keine Verfügung über ihr Vermögen treffen, also haben wir da noch Gott sei Dank eine notarielle Generalbetreuungsvollmacht machen können, also im Happy End noch alles gut gegangen, aber Leute, das war eine knappe Nummer, das war eine knappe Nummer, hätte das drei Monate länger gedauert, dann wäre die Mutter schon dement gewesen, weißt du was, wenn die dement ist, kann die keine Verfügung mehr machen, dann geht sie zum Notar, der Notar merkt, die ist gar nicht geschäftsfähig, dann kann der keine Uhrstunden, dann kann der das Ganze nicht beurkunden, also deshalb, wann machst du das Ganze, das machst du bitte, gestern hättest du das machen sollen, ganz, ganz, ganz wichtig, du brauchst so eine Verfügung, um wirklich, dass dein Vermögen und deine Person gut behandelt werden kann von denjenigen oder denjenigen, die die Verfügung für dich haben. Ja, das war jetzt nur mal ein Beispiel, das war ja ausgehend vom Notfallordner, was sich da alles widerspiegeln soll und vielleicht nochmal ein Hinweis, ich habe immer viele Mandanten sagen, ja, ich habe hier alles auf dem Stick, ich habe das auf EDV und so weiter und so, richtig, ja, das macht Sinn, aber ich meine, wenn die Passwörter nicht bekannt sind für deine, ja, Hinterbliebenen oder die sich darum kümmern sollen, die kommen nicht in deinen Computer rein und wissen nicht, wo was abgelegt ist, ja, dann ist das nichts, wenn das irgendwo in der Wolke steht, in der Cloud steht das Ganze und keiner kommt dran. Also manchmal ist es ganz gut noch, oldschool einen Ordner zu haben, wo bestimmte Anweisungen drin sind, die man zur Hand nehmen kann. Ich meine, bei mir ist der Vorwurf, bei meinen Mandanten, die braucht nochmal eine Telefonnummer, weil ich eh die ganzen Sachen in meiner Akte drin habe. Ich informiere auch den Steuerberater des Mandanten, mit dem ich zusammenarbeite über diese Geschichten. Auch wenn der Fragen hat, kann ich ihm Sachen rüberschieben, weil ich halt als Estate Planner ganzheitlich mir Sachen anschauen, die der Steuerberater nicht alle wissen muss für seine Abgabe der Steuererklärung. Es gibt ja keine Vermögenssteuerpflicht mehr in Deutschland. Deshalb weiß der Steuerberater viele Dinge nicht, die ich aber wissen muss als Estate Planner, weil wenn Vermögen da ist, muss ich ja immer überlegen, wie sollte das jetzt nur später verteilt werden, was wird beim Finanzamt anfallen, kann man dann im Prinzip jetzt schon durch strategische Maßnahmen in der Familie Assets verschieben, verkaufen, um höhere Abschreiben zu generieren und, und, und. Ihr merkt, da gibt es zu viele Möglichkeiten, dass man alles machen kann. kenne deine Zahlen, Daten, Fakten und kannst natürlich einiges mitmachen. Also, das war so dieser Check-up, den du, diese Routine, einmal im Jahr die Sachen anzupacken, Testament, Generalenbetreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Notfall auch, ach, ich habe den Ehevertrag vergessen. Leute, hast du unternehmerisches Vermögen, du bist selbstständig, Freiberufler, hast Anteile an Firmen und so weiter oder Führungspositionen, was weiß ich, du brauchst einen Ehevertrag. Am besten, das Stichwort ist, nicht Gütertrennung, sondern modifizierte Zuganggemeinschaft, aber der Ehevertrag muss ausgearbeitet werden, auch hier bringt es nichts. Ach, Holger, toll, dass du das sagst, ich gehe mal schnell jetzt zum Notar und Rechtsanwalt und mach mal schnell, sag mir, sag denen, gib mal schnell einen Ehevertrag. Nein, der Ehevertrag muss ausgearbeitet werden, da kommt es auf die Ziele, auf die Wünsche, auf die Wertvorstellung, auf das Lebenskonzept von dir, deiner Partnerin, deines Partners an und auch so mal so ein bisschen, wie stellst du dir das Leben vor und wie willst du Gemeinsamkeiten pflegen, das ist schon ein bisschen diffizierter, da geht es um Emotionen, da geht es um Geld, um Spielregeln und der Ehevertrag X ist nachher das Endergebnis eines Weges an der Diskussion und diese Diskussion, das Ganze auszuarbeiten, das mache ich mit Mandanten auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das nachher in einem Ehevertrag juristisch zu formulieren, da gehst du zum Notar, der Ehevertrag muss notariell gemacht werden, damit er Hand und Fuß hat, auch Unterhaltsgeschichten, wenn Kinder da sind, Versorgung, dann der Liebsten und so weiter, wenn man in eine Schallung kommen sollte, wichtig ist, in dem Ehevertrag sind Spielregeln drin, wenn es mal knallen sollte, dann wird nicht das Kriegsball ausgegraben, sondern Stopp, da sind Spielregeln drin und so dividieren die uns jetzt auseinander, sodass nach wie vor immer eine Win-Win-Situation, zumindest im finanziellen Üblichkeit, emotional ist es immer, naja, nicht immer leicht, wenn Partnerschaften auseinander gehen. Also auch, hast du einen Ehevertrag, guck rein, passt das Ganze noch, willst du das abändern, weil du bist beispielsweise geschäden, es sind auf einmal in der kinderlosen Ehe sind Kinder dazugekommen, es hat sich in Familienverhältnissen was geändert, Vermögensteilnisse haben sich geändert und, und, und. Das heißt, das muss auch jedes Jahr beleuchtet werden, wie auch immer, hat sich nichts geändert, Haken dran, dann hast du eine schnelle Nummer gehabt und das heißt, einmal im Jahr guckst du diese Sachen kurz an, wenn das alles in Ordnung ist, hat sich nichts geändert, Haken hinter, hat sich was geändert. Da musst du mit deinen Beratern auch drüber sprechen, mit deinem Steuerberater, je nachdem mit dem Notar, mit dem Rechtsanwalt oder mit deinem Finanzexperten, aber der Finanzexperte sollte ganzheitlich aufgestellt sein, wer wird Finanzplaner sein, Estate Planner sein, etc. Du wirst ja deine Leute haben, wenn du die Leute nicht an deiner Seite hast, kannst du gerne auf mich zukommen, du kannst auf meine Kompetenz dann zurückkommen, auf meine Erfahrungen zu greifen, aber auch auf mein Netzwerk zurückgreifen, wenn du da Experten brauchst, weil eins ist mir wichtig, qualifiziert auf sehr, sehr hohem Niveau zu beraten und gute Partner zu haben, die ich weiter empfehle, damit die auch auf diesem guten Niveau meinen Mandanten weiter beraten können. Ja, das war nun der Teil 1, es sind 25 Minuten geworden, ihr merkt, man kann über so Sachen, eigentlich Stunden dann sprechen, über jedes einzelne Thema, aber es ging jetzt darum, über diese Jahresroutine und du wirst merken, dadurch hast du deine Finanzen im Griff und du kannst dich dann auf die vielen anderen Dinge, die immer hier auf dem Schreibtisch, jeden Tag landen, konzentrieren. Und das ist immer ganz gut, wenn man den Rücken frei hat bei bestimmten Dingen, dann hast du auch den Kopf frei, um dich auf das zu konzentrieren, was dich dann weiter nach vorne bringt. In dem Sinne, hier alles Gute und wie immer liken, teilen, weitersagen und wenn der Podcast draußen ist, würde ich mich freuen, nimm den Link und schick den doch an deine Freunde, bekannten Arbeitskollegen, Gesellschafter, Mitgesellschafter und so weiter weiter, damit sie auch mal gucken, ob sie diese Routine jedes Jahr machen und ob sie überhaupt die ganzen Unterlagen nicht angesprochen haben, ja, ob das überhaupt schon vorhanden ist. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger. Bis zum nächsten Mal.